Eine unfreiwillige Vorführung privater Desktop-Bilder oder interner Ordnerstrukturen gehört nicht zu einer professionellen Präsentation. Die neuartige Präsentationssoftware von Presono Smart Information deckt als einziges Tool den gesamten Prozess rund um Präsentationen ab. Von der Erstellung über die Wartung bis zur Durchführung der Präsentation selbst. Die Software bietet höchste Flexibilität, zentrale Verwaltung und umfassende Analyse-Tools, sowohl on als auch offline. Diesen Servicetipp widmet Ihnen Business Upper Austria.